Ja, und go, 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 na? Jetzt machst du es nicht. Perfekt. Jetzt ist die Kamera wieder interessant, aber. Warte, ich gehe noch nicht. So, jetzt, los geht's. Ja, komm, komm. Ja, komm. Super. Jetzt will er dich hin. Ja. Ja. Guten Morgen. Es ist halb elf und wir müssen in einer Viertelstunde los. Also, es ist noch nicht viertel, es ist viertel, Entschuldigung. Wir müssen in einer Viertelstunde los und Etienne kriegt jetzt den Mittag. Ich habe das heute mal wieder selber gemacht. Heute gibt es Karotte, Tomate, Nudeln und Pute. Und wie man sieht, er hat Hunger. Und er hat schon ein bisschen was im Gesicht. Schön. Weil er ja was gegessen hat schon, also von mir. Und was er jetzt nicht davon isst, das gibt's morgen. Super. Morgen geht's nämlich, morgen geht's nämlich zum Babyschwimmen wieder. Letzte Woche war der Fotograf da. Habe ich aber, glaube ich, schon im letzten Video gesagt. Und morgen kommt seine Tante mit, also meine Schwester, Etienne. Ja, jetzt fütter ich ihn erstmal, wenn er sich füttern lässt, und dann geht's los zum Rückbildungskurs. Da muss niemand mal ein bisschen Schwupp machen. Na, nimmst du was? Super! Wir essen gerade Pommes und selbstgemachte Pupen-Nuggets, würde ich jetzt sagen, Babychen. Und wir gucken jetzt auf jeden Fall noch eine Serie, also eine Folge davon der Serie, weil eine ganze Serie schafft man nicht. Nein. Auf jeden Fall. Halt! Morgen kommt Sarah und dann gehen wir baden. Ja, freut mich. So, ich bin gerade bei Mama, also wir sind bei Mama, Etienne und ich. Und wir wollen jetzt Mamas Flugcutover aufbauen. Wir haben schon die ganzen Bretter ausgepackt, die kommt dann hier hin. Et voilà! Ja? Let's go! Ja? Du willst es auf der anderen Seite stellen? Ist doch vollkommen egal. Was denn? Man kann das Bild abmachen, dann kann man ausmessen. Wie breit? Jetzt haben wir mal eine neue Idee. Na, was denn? Jetzt mess doch mal aus. Na ja, 1,26 Meter. Zu groß bestimmt. 1,26 Meter. Du musst ja von hier aus rechnen. Mama, du musst von hier aus schon rechnen. Weil der Lichtschalter muss frei bleiben. Ja. Oh, das ist ganz minimal. Nee, ich denke nicht. Und da ist ja auch noch eine Steckdose. Ich denke nicht. Oh, nee! Oh, nee! Warte mal! Mensch, ich mess mal aus. 1,23 Meter. Na dann. 1,23 Meter. Das ist viel zu... Nummer 5. So. Warte. Du kannst das ja sowieso nicht machen. Dann ist das halt ein bisschen weiter vorne. Warte mal, jetzt waren wir das hinstellen. Und nicht, zwar nicht. Wir können es besser auch reichstellen. Aber du hast ja auch noch ein Zimmer. Aber es würde... Geh mal raus, ja. Geh mal mit Lea raus. Was ist denn Lea 23? Ja, hast du gesagt. Wir können sie aber zurück. Jake? Hallo. Guten Morgen. Schmuckli. Guten Morgen. Na nicht die, nicht die Virginia. Guck mal, die müssen wir streicheln. Ja, super! Du schnurrst hier rum. Etienne? Hi! Suchst du die Lea? Lea, komm her! Na komm! Komm her! Lea, komm her! Guck her, Mutter! Guten Morgen! Gib den mal her, bitte! Komm, gib mir den mal her! Den brauchst du gar nicht! Nicht an den Ohr! Nicht am Ohr! Schön immer lieb sein! Nicht an die Stauze, Schatze! Ei! Spuckert! Was machst denn du? Oooh! Hhh! Pfff! Pfff! Hhh! Die lässt sich auch alles von dir gefallen wir haben bestellt und jetzt kamen gerade die pakete an einmal ist das mein hand also so ein wärmer für kinderwagen die macht also dran und dann kann ich meine hände da so rein machen und dann sind die schön warm und zum teil haben wir noch einen wir wollten eigentlich ein schal holen und eine mütze aber diese größe die dann ihr geholt hat ist so groß dass ich das über meinen eigenen kopf kriege das ist der schal und wo hast du jetzt die mütze das ist die mütze also ja die passt mir die mütze so so groß ist die ja also die ist man sieht es denke ich aber die ist schön warm also ich hoffe natürlich dass dies nächstes jahr vielleicht noch im januar oder im februar noch passt also ich kann die sogar tragen so groß ist die so wir wollen wir machen gerade das bett etwas weiter runter weil die sich überall hoch zieht und wenn ich erst warten wollen es gibt drei stufen wir machen es jetzt auf die zweite also in die mitte das hier oder hast du das strömen alles schon hier okay ich weiß nicht ob es hat er hat sich gerade einfach selbst hochgezogen und jetzt ist er wieder runter na los der hat sich gerade hier hochgezogen schatz heute sich wir sind im auto wir waren gerade mal im autocenter haben nach pullover geguckt haben jetzt keinen gewonnen ist nicht so schlimm wir wollten sowieso noch ein bisschen zeit vor plämpern plämpern ähm nein wir haben uns bei mami ließ das hier wohl also ich habe mir das gold du hast ein eis geholt und du hast dir noch einen kaffee geholt der so klein hier ist und der ist einfach das ist ein milchkaffee der kostet einfach 3 euro 50 ich hoffe der schmeckt auch so für dich jetzt fahren wir noch mal nach hause holen wir eine gabel damit ich noch was essen kann und genau weil wir fahren jetzt noch mal los und zwar fahren wir jetzt noch mal eine ganze stunde wir sind gerade zurück und wir haben unseres gerät gut was mit 6 das ist ein baby zubereiter baby kostet werden baby nahrungszubereiter man kann damit das kochen und danach gleich mixen alles im ein das wurde kleine schnelle gefüttert und dann ab ins nest dann wird das bett fertig gemacht vom papa dann macht die mama ein bisschen in der küche sauber dann muss die mama noch wäsche aufhängen da der papa weiter so kommt du willst die bilder zeigen so wir haben noch bettaufgegangen und ich muss noch schneiden sie ist da war noch was dann geht es hier weiter im flur natürlich hier und im schlafzimmer ist nur ein bisschen leer und da kommt natürlich noch ein paar hin hier wollen wir noch die wasserblätter hin machen wir sind schon am ende des videos angekommen der nicht schläft jetzt nicht jetzt wird er so ist er gekommen ich will sie an die flocken sagt dir ein spruch sag er es was möchtest du dein spruch gute nacht sag er es weiß nicht wenn euch das video gefallen hat wenn euch das video gefallen hat Daumen hoch Daumen hoch also ihr seht nicht warum wir sind bei euch daumen hoch sch dem auf dann vielleicht Vielen Dank.